Atmosphäre dieser Gründungsjahre in die Erinnerung rufen, um zu verstehen, unter welchen Zeichen Thomas noch nicht zwei Jahrzehnte nach dem Tode des Dominikus in Neapel den dortigen Dominikanern begegnet ist und was sein eigener Eintritt in diesen Orden bedeuten muss. Der Impuls ist einerseits die Leidenschaft der Wahrheitsverkündung, siehnen Thomas in seiner ersten Summe, in der Summe wieder die Heiden, das propositum nostre intention ist, das Vorhaben, auf das es uns ankommt, die Wahrheitsverkündung für solche Heiden,